Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Don't Stopped Together! Hallo! Das Kamerba ist ja verzögert. Ich? Ja. Ah. Sowas passiert leider. Mal gucken, wie gut das Internet heute ist. Wow. Äh, was war eigentlich unser nächstes Ziel? Äh, Biene! Bienenstock haben? Nein, 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 nein. Also wir hatten so'n Speck-Beatkeeper hat, haben wir schon? Einen Bienen-Pad? Der ist hier. Haben wir auch, äh, was anderes in der Richtung? Also... Ein... Ähm... Bienen-Bienen-Bienen-Kostüm? Nö. Also ich, ach so, keine Ahnung, ob... Sowas. Ich such grad. Okay. Ich hab, wir können ein Abrella bekommen, wir können ein... Oh Gott, Sven, was kann der denn alles anziehen hier? Wir können Ace-Block machen. Ice-Cube auf dem Kopf, okay? Rein theoretisch. Ich tu den Hasen mal in den... Ach so, man kann einen Hasen-Hut schon tun, okay. Was wollen wir als nächstes machen? Wollen wir uns Magical kümmern. Okay. Dafür brauchen wir dann einen Hut und einen Hasen oder sowas was. Ja, und... Gems... Gems finden wir bei... Ab, 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 wie viele Dinge? So... Konstruktion? Ähm... Konstruktion? Ähm... Konstruktion. Also diese Kuppel sind Viecher, die uns umbringen, soweit wir in der Nähe kommen. Äh... Ach so, du meinst diese metallenen Dinger? Ja, wir... Ja, da hatten wir doch schon ein paar, oder? Ja, also... Ähm... Ein metallenes Ding haben wir auf jeden Fall. Das ist noch in der Kiste. Weil ich hab zwei von dem einen Pfing bekommen. Okay. Was kann mir denn das sonst noch machen? Aber... Ein Ding ist auf jeden Fall noch da. Also... Du musst mir was zu essen machen. Und dann? Ich bringe alles zum Brennen. War nicht ich. Das war das Feuer. Ich bringe doch schneller ab. Wien macht schneller Honig. Tut es. Ja, die Wabe ist jetzt gelbe Ziffen. Ja. Mal essen. Ich glaube, wir brauchen mehr Blumen. Haben wir da Frinnenseite. Wie viel Leben hast du? Oh, wir haben noch Koko ein bisschen. Die Hasen. Wir haben einiges an Hasen. Ich setz die Hasen mal da rein, weil wir brauchen noch Zeugs für den Winter. Hab ich nicht noch Steppe? Jetzt mehr Essen. Moment. Ich mach erst Hasenohren. Sieht das nicht doll aus? Ja, ich weiß nicht was zu essen. Nein, ich kann dir sogar was geben. Hier. Nimm das. Danke. So, was sollen wir denn machen zu essen? So, was sollen wir denn machen zu essen? So, was sollen wir denn machen zu essen? Meatballs. Okay. Das ist mein Meatballs. Ich hab jetzt gewonnen, was zu essen. Oh, Honig ist da. Oh. Aber dann greifen wir die Bienen doch an, oder nicht? Ja, wenn ich die Bienen halt habe, nicht. Oh, okay. Oh nein, ich höre Hunde. Ach, sie greifen mich tatsächlich an. Aua. Komm, Hunde. Hunde? Wo sind unsere Büffel? Ähm, weiter links waren die Büffel. Komm nach oben. Ja, ich merke auch, mein Charakter macht auch einen auf. Äh, I will protect you, ladies. Ja, und meiner hat gesagt, looks like it's time to fight. Okay. No, it's time to run. Wo ist das? Zack. Wo sind die Büffel? Links vom Portal entlang gehen. Ähm. Ah ja, ich weiß wo. Hast du eine Fackel? Ich muss nur noch eine machen. Äh, also, ich find die Büffel nicht. Ich nicht? Nein. Also, ich bin schon da. So sind die Büffel. Man ist bei einem. Ähm, wenn du beim Portal einfach weiter links läufst... Ja, da kommt die auf die Pfad praktisch nicht. Ja, du musst aber weiter daran vorbei. Den Weg entlang? Ja. Okay, ich hab sie gefunden. Wo bist du? Neben dir. Ach so, da. Halt dir die Fackel bereit. Boah, die kommen echt laut. Also, nicht so bereit halt, wenn sie halt kommen. Jetzt nicht, erst wenn's richtig doppelt wird. Wir haben ja Zeit dann noch. Aber das sind ganz viele Büffel. Das ist gut. Da haben wir noch die Puppi ein in der Zeit. Vielleicht solltest du den Bienenhut mal wieder ablegen. Ah ja, stimmt. Da! Nein, nein, nein! Komm doch hier rein! Komm nicht hier, komm rein! Ich guck mal, wie ich jetzt angreifen wollte. Danke. Ich bin tot. Aua! Okay, es wird dunkel. Oh, das ist ein Feuer. Aua! Oh! Bist du, wie viel Leben ich noch hab? Wie viel hast du noch? 23. Äh, 28. Äh, 38. Äh, ich hab 37. Müffel, es ist keine Zeit zum Schlafen! Kannst du noch schlafen? Ja. Jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ich glaub, es war's. Okay, ich sammle das Zeug aus. Ich glaub, irgendwas unter Leid gesetzt. Ich hab irgendwas unter Leid gesetzt. Komm, wir gehen nach Hause. Warte, ich glaub, ich bin noch eine von unterwegs. Doch, gut funktioniert. Wir sind nur halb tot. Ja, genau. Ja, ich warte... Ach, egal. Facke doch alles ab. Oh. Komm. Geben wir nach Hause, wir brauchen Essen. Ja. Hat doch gut geklappt. Wir haben jetzt Towns. Ich könnte theoretisch, könnte ich Darts doch stellen und so ein Feiß. Oder? Was kannst du? Darts. Was auch immer das ist? Äh, Pfeile. Ah. So, Darts. Achso, okay. Ich hab euch irgendeine Richtung geführt. Oh nein. Weißt du, was ich gerade mache? Was? Zwei, drei, eins. Und raus. Yay, das funktioniert doch jedes Mal so gut. Oder? Ja, ich frage schon. Hast du schon darüber nachgeguckt? Wegen Kabel, WLAN-Kabel? Noch nicht. Mach ich noch. Okay, da ist ja wir selber und ich hab drauf sollen. Wo bringt's das Bild aus? Da ist das Gesicht zu weit unten einfach. Ah, okay. So, bin ich wieder drauf? Ja. Äh, nicht drehen. Nicht die Karte drehen. Kommt jetzt eigentlich jeden Tag in der Kronik, oder wie oft bist du? Ich hab' keine Ahnung. Wir brauchen mehr Farmen. Ich mach' mal Nuggets. Also, wir haben jetzt Wartel. Ersthängig ist das Türkorb. Oh, gut, dass wir, ähm, jeder Fahrzeugewammelt haben. Oh, ich muss die Karotten verkochen. Hallo. Okay. So, wir brauchen Nuggets, gell? Wo ist der Honig? Oh, da ist der Honig. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen Nuggets haben. Nuggets wollen wir. Hier. Warte, warte, einen esse ich, einen esse du. Mhm. Und ich mach' noch... Und ich mach' noch'n Ding. Einen Muffin. Und dann muss ich Blumen pflücken gehen. Ja, komm. Na, Blumen sollte ich auch vielleicht pflücken. Bist du da? Was? Hast du gerade noch was gegessen? Gehst du heute die Seite? Ich muss das Zeug hier noch reinlegen. Brauchen wir uns zu essen? Ach, Samen. Okay. Äh, zwei Samen. Zweifel mit zwei Samen. So. Ähm, ja. Was mache ich jetzt morgen? Äh, wir müssen... Also ich muss Blumen pflücken gehen morgen früh irgendwann. Und dann sollten wir uns eine nächste Aufgabe suchen eigentlich. Ich mein' wir haben jetzt hier... Gab's noch irgendwas, was wir machen könnten? So. Wir bräuchten noch einen Thermometer, einen Rainmeter, ähm... Äh, einen Lightwood brauchten wir noch. Hast du noch, haben wir noch Gold? Oh, nein. Nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Ich find das nicht gut. Und back. Aber komplett diesmal. Oh mein Gott. Irgendwie. Alles Probleme hier. Bei mir. Ja. Das kreit mir richtig auf den Kack. Richtig geil. Ach, warum? Weshalb ich offen, dass so viel Internet zieht? Das liegt aber wirklich an Down Staff, gell? Also wenn ich Overwatch spiele, hab ich selten Connections Probleme. Vor allem nicht um die Uhrzeit. Seltsam. Ich will nicht House das Game. Ich will Rose Game machen. Mein Gott. Ach ja. N'gall. Hm, der kann essen. Ich hab voll Duas irgendwie... Ich hab kein Energy mehr, gell? Ich hab seit Wochen kein Energy getrunken. Ich bin jetzt stolz auf mich. Ja, klar bin ich. Ach ja. Ich freu mich auf in zwei Wochen. Dann werde ich mich weiter umbringen. Okay. Ich war schon freundlich mit den Äpfeln. Ihr habt keinen einzigen davon gegessen, aber... Also ich glaub... Einen. Äh, was wollte ich machen? Ach ja. Ich wollte gucken, ob wir Gold haben. Warum öffnest du die Kisten einfach nicht? Und warum hast du eine schlechte Internetverbindung? Ich mag dieses Zeichen da oben nicht. Es wird immer schlechter. Hallo. Da ist noch Gold. Da ist Gold. Komm schon. Komm mal rein damit. Was ist Gold denn? Oh, Leute. Ich mag das nicht. Gold ist in der zweiten Kiste. Nee, ist... Oh, die Kisten... Ach, schauen Sie. Öffne die Kiste hin. Öffne die Kiste. Genau, und nimm dir das raus. Und das raus. Nein, ich hab ihn... Vergiss. ...gemördert. Nein. Tut mir leid. Wird doch ein zweites Ding eigentlich noch nicht. Ich schon. Hast du noch ein Gold, ne? Oder irgendwie? Wir haben noch drei Stück in der einen Kiste. Hast du noch ein? Ach so. Nö. Okay, wir brauchen den letzten Vogelfall. Ich brauch wieder Psyche. Wir brauchen Licht. Oh, nö. Ich hab nur wieder gespawnt. Okay, irgendjemand hat immer einen Holz zu fallen gehen. Und ich muss morgen... ...gehen. Hallo. Hier, Fries. Ja, musst du auch. Das wollte ich nicht. Halt, ah. Und, guck, es war recht. Oh, ich will nicht mehr. Ich werde kurz das Spiel und guck, ob es dann besser läuft. Okay. Dieses Spiel. Ich mag meine neue Maus voll. Jetzt ist das alles in der... Ich finde, hat das alles raus in der Aufnahme. Wird alles rausgeschnitten. Alles rausgeschnitten. Beziehungsweise, wenn wir im normalen Spiel spielen, habe ich nie das Problem, gell? Also, so extremst. Okay. Okay. Jetzt vielleicht nochmal in Kombination mit dem Aufnahmeprogramm. Ich glaube nicht. Könnte sein. Muss aber nicht. Okay, ich bin wieder da. So. Ich muss rumflücken gehen. Ja. Wir sollten... Und danach, wir sollten mal... Also, wenn wir wieder genug Leben haben. Sollten wir wieder Spinnen töten gehen? Ja, wir brauchen eine Seide. Wir brauchen eine Spinnen... Eine Vogelfelle brauchen wir. Okay. Hallo, Blümchen. Wo sind die Blumen? Achso, hinten bei den Bienen sind Blumen. Und wir sollten auch noch mehr Blumen auf unserer Dingsfeld machen. Deswegen brauche ich mir noch ein Bucknet, auf alle Fälle. Äh, hier wollte ich nicht durch. Also, was machst du eigentlich? Holzfällen? Ich sammle auch Blumen. Holz habe ich ein bisschen noch. Aber ich kann auch noch bis zum Holz fällen gehen. Oh, ich kriege ein Geschenk. Sehr gut. Ich frage mich, bei welchem Disconnect ich ihn wieder ein Geschenk kriege. Du bist 25 mehr Disconnected in einer Stunde. Respekt. Hast du ein Achievement davon bekommen, oder was? Nein, das war ein Scherz. Ja, aber schon voll wissig. Deine Internetverbindung ist scheiße. Okay, ich bin fast wieder auf guter Dingerwohin. Wir brauchen mehr Blümchen. Das muss auch irgendwie anders gehen. Wieso haben wir nicht irgendwie bei Survival irgendwas dabei, was? Also, ich weiß, dass diese Pilze ja auch viel Brain geben. Die blauen, äh, die grünen Pilze, wenn man sie gebraten hat. Ja, stimmt. Und ich gucke gerade bei Survival oder so irgendwie so. Was haben wir denn noch? Geh mal kurz nach Hause, um mir das Geschenk abzuholen. Ach ja. Soll ich übrigens, ich muss noch so einen Aufbelebungs-Scheiß erstellen, ja? Ja. Das Feierbrande bringt es immer noch. Wir Sachen ausprobieren mal. Willst du es gucken? Ist der Honig wieder da? Äh, ich bin noch nicht zu Hause angekommen. Okay, so nicht. Okay, warte. Wir Sachen ausprobieren. Was passiert, wenn ich das Zeug vorher koche und sowas? Nehmen wir euch Holz eigentlich. Hab ich eine Axt noch umfahren? Ja. Ah, wo ist mein Holz jetzt mit ihm gemacht? Was? Was hast du bekommen? You received weather beaten torch. Weißt du, ich denke? Ähm, so eine Packe, die, äh, wie das dem Wetter standhält. Aber ich konnte nur use later flicken, also. Oh, ich hab Meatballs gemacht. Toll. Hier, Meatballs. Und mehr Popcorn. Ich will Popcorn machen. Ganz viel. Also heißt, wir müssen uns Dinger sammeln. Äh, Maispolten. Und mehr Popcorn. Vielen Dank.